Hallo meine Lieben, ich grüße euch zur neuen Tagesbotschaft. Wir schauen wieder, welche Energien heute wichtig werden. Ihr kennt das. Bedenkt immer bitte, es ist eine allgemeine Legung. Das heißt, die Karten können, müssen aber nicht mit euch in das Resonanz gehen. So, ich lasse die Karten springen und dann schauen wir doch mal, was hier wichtig wird. Da haben wir hier die Kraft, dann haben wir den Tod, dann kam die Karte der Stern, das Ast der Schwerber. So, an der unteren, wow, das Ast der Schwerber. Ihr Lieben, ich würde gerne gleich noch die Klärungsenergien aus dem After-Tarot springen lassen, bevor ich in die Deutung gehe. Eine Klärungsenergie für die Kraft, eine Klärungsenergie für die Kraft, die Königin der Kelche, eine Klärungsenergie für den Tod. Die sieben der Stäbe, eine Klärungsenergie, da haben wir sie schon, die drei der Schwerber und die zehn der Kelche. Eine Klärungsenergie für das Ast der Schwerber, eine Klärungsenergie für das Ast der Schwerber. Die zwei der Kelche, Wahnsinn. Und hier haben wir den Mond an der Unterseite. Hier transformiert sich eine Königin der Kelche. Das kannst du jetzt so als Zuschauer, Zuschauerin sein, könnt ihr zwischen Krebskorpionenergie im Mond, Mars, Venus, Aszendenten, Sonnenzeichen sein. Muss es aber nicht. Es geht um eine Person, wie gesagt, egal ob männlich oder weiblich, die einfach sehr emotional ist, aber bisher halt auch immer sehr stark überprüft hat, für wen oder was vergießt sie ihre Emotionen oder seine. Also wie gesagt, ihr münzt euch das um, auch wenn du als Zuschauer männlich bist, könnt ihr die Königin der Kelche hier deine Energie verkörpern. Es kann sich aber auch um ein Gegenüber handeln, ihr wisst. Jetzt ist es so, dass diese Königin der Kelche Energie immer sehr stark im Kampf war. Sie musste sich durchsetzen oder eher, sie hatte immer das Gefühl, Kraft investieren zu müssen, sich durchsetzen zu müssen, alleine gegen den Rest der Welt. Und jetzt transformiert sich hier etwas. Diese Königin der Kelche Energie, in ihrer Löwekraft, also das ist auch eine Erscheinung dieser Person, kann es gut möglich sein, dass es jetzt einen Wandel gibt, dass hier alte Verletzungen geheilt werden. Denn durch was das jetzt ist, sagen die Karten nicht, aber durch den Stern, das Ast der Schwerter und das Ast der Stäbe, könnten hier Chancen, das kann innerlich sein, das kann von außen sein, in Form einer anderen Person, eines Angebotes, wie auch immer. Kann es sein, dass die Energie dieser Königin der Kelche, diese ständige, ich kämpfe, ich mache, ich muss mich durchsetzen, so alleine, wie gesagt, gegen den Rest der Welt, das wandelt sich. Und hier kommt es zu einer Erfüllung, zu einem inneren, tiefen Vertrauen, die Zehn der Kelche mit dem Stern, ist für mich auch das tiefe Vertrauen, die Heilung alter Wunden, dass hier etwas passieren kann, was zu absoluten Frieden führt. Es kann sich hier um Versöhnung, Annäherung mit einem anderen Menschen handeln, es kann sich aber auch mit dem Mond, das ist für mich astrologisch auch immer die innere Kindthematik, ich nehme hier so einen Seelenfrieden wahr. Dass die Energie oder das Gefühl, was diese Königin der Kelche hatte, immer dieses, ich muss kämpfen und machen und tun, dass sich das hier völlig wandelt. Es kann aber auch sein, dass sich jetzt einen Kampf bezahlt macht. Vielleicht warst du hier als Zuschauer, Zuschauerin oder jemand aus deinem Umfeld, musste sich ständig behaupten, es ging ja um Auseinandersetzungen, es ging vielleicht auch um Mobbingthemen, es ging um Ungerechtigkeit. Kann es gut möglich sein, dass diese Person jetzt für ihr Durchhaltevermögen belohnt wird, weil hier eine Ehrlichkeit ans Licht kommt. Weil irgendetwas sich gefügt hat, weil irgendetwas sich wandelt durch den Tod mit der Transformation, dass dadurch eine Kampfenergie beendet wird und man hier für sich entweder in die Aussöhnung und Versöhnung geht oder eben für sich in den inneren Frieden, wenn keine andere Person sich von außen entschuldigt. Also hier wird auch irgendwo ein Urteil gesprochen mit dem Ast der Schwerter, ist für mich auch ein Urteil oder Gerichtsprozesse oder wie auch immer, wo es tatsächlich um das Recht geht. Es kommt die Gerechtigkeit. Und mit dem Mond ist es so, dass man hier wirklich einen Weg der Angst gegangen ist oder wirklich jetzt bereit ist, einen Weg der Angst zu gehen, sich etwas genauer anzuschauen oder, und das ist auch eine Fische-Energie, finde ich sehr interessant, dass etwas ans Licht kommt. Fische, zwölftes Haus steht für Geheimnisse, für das Unausgesprochen, für das Undurchsichtige. Sehr aktuell ist Saturn rückläufig im Zeichen Fische, wo es auch ganz schnell mal mit der Ehrlichkeit oder dass etwas aufgedeckt wird. Und das könnte ja auch der Fall sein. Also irgendetwas wird hier, wird eine Gerechtigkeit ausgesprochen, wird einfach irgendwie etwas kommt ans Licht, was jemandem dazu verhilft, zu seinem Recht zu kommen. Ich lasse jetzt hier mal noch eine Weisheitskarte für Lebensentscheidungen springen, ihr Lieben. Welche Karte wird für die heutige Tagesbotschaft hier wichtig? Reparaturarbeit. Und an der Unterseite zeigt sich hier das Mitschöpfertum. Sehr schön, ne? Also hier wird irgendwie etwas repariert. Man überprüft auch genau, wo lohnt es sich denn, hier etwas zu reparieren, ne? Ich schaue nochmal im Büchlein nochmal nach, ob wir da noch zusätzliche Informationen bekommen. So, Vergebung, Wiedergutmachung, Versöhnung nach einem Streit, ne? Also das ist genau das, was ich sagte. Wenn es sich jetzt aber nicht um zwischenmenschliche Situationen handelt, dann auch die Aussöhnung, Versöhnung mit dir selbst. Oder vielleicht auch, kann es hier sein, dass wirklich, vielleicht auch im Beruflichen, dass du nochmal, dass du Entscheidungen im Beruflichen triffst. Also es kann hier wirklich in allen möglichen Bereichen sein. Es geht hier wirklich darum, einem gebrochenen Herzen, ne? Wirklich das heilen zu lassen. Dass wir die Masken fallen lassen. Dass wir authentisch miteinander umgehen. Oder du authentisch und ehrlich in einer Situation mit dir selbst auch umgehst, ne? Also es passt wieder wunderbar zu den Tarotkarten. Und das Mitschöpfertum, da geht es hier um die Verwirklichung, Inspiration, Kreativität, Entfaltung. Und hier geht es wirklich darum, dass es eben genau, wie ich das vorhin sagte, dass es sein kann, dass du dich immer zu sehr angestrengt hast. Dass du immer zu sehr gekämpft hast. Und jetzt eigentlich der Hinweis gegeben ist, genau zu gucken, für was hast du dich ja eigentlich ständig eingesetzt. Was davon macht wirklich Sinn? Was bringt dich weiter? Wo kannst du dich tatsächlich auch mit dem Ast der Stäbe verwirklichen? Und das ist auch das, was ich vorhin sagte, dass du hier auch wirklich heute eine Entscheidung treffen könntest, durch äußere Umstände, durch eine Erfahrung, die du machst, durch ein Gefühl, was du wahrnimmst. Dass du hier wirklich eine Entscheidung treffen kannst, die sehr weitreichend auch für die Zukunft sein kann. Also hier geht es wirklich um Zukunftsmöglichkeiten, aber auch um das tiefe Ohrvertrauen und um eine massive Transformation einer Angelegenheit. Das ist natürlich so, ihr Lieben, dass das nicht immer direkt an einem Tag alles hier, dass man es wahrnimmt und dann gleich umgesetzt und auf einmal funktioniert alles. Ihr wisst, Zeit ist fließend. Aber die Energien, die ich in meinen Tagesbotschaften vermitteln möchte, sind dann die Energien, wenn du in der Reisegruppe bist, die in deinem Feld schon sind. Jeder hat natürlich auch die Zeit, die er oder sie braucht, um gewisse Prozesse wahrzunehmen, umzusetzen, zu fühlen, zu sehen. Bedenkt, wie gesagt, immer, es ist immer eine allgemeine Legung. Wenn ihr wirklich mal in einer Situation seid und eine persönliche Beratung buchen möchtet, könnt ihr mich gerne anschreiben. Bitte immer gerne über WhatsApp. Und dann schauen wir einfach, was wir dann tun können. Ich nutze in meiner Beratung immer auch gerne die Astrologie. Also könnt ihr mir auch gerne schon die exakten Geburtsdaten, inklusive Geburtsuhrzeit, in die WhatsApp mit reinsenden. Und ja, es ist hier, also ich finde wirklich, wir merken, oder ich merke das auch nicht nur bei mir selbst, sondern auch wirklich in meinen privaten Beratungen und im Umfeld, dass jetzt hier wirklich diese ganzen heilenden Energien nach sehr kampfreichen Zeiten kommen. Und ich wünsche das jedem. Vor allem wünsche ich jedem Gesundheit und Erfolg und Glück und vor allem den inneren Frieden. Ihr Lieben, habt einen zauberhaften Tag. Ich grüße euch alle. Ich danke euch für eure Likes, für eure Abos und dann hoffentlich bis bald. Eure Helene. 学 siegrippen – 1,2,3,5,6,6,7,7 1,5,6,2,3, miejsce, 3,3,4,6,7,6,7,7iQUEZ,